Hast du dir schon mal überlegt, wieso Logos so wichtig sind? Stell dir vor, du hast ein Unternehmen. Ein gutes Logo hilft anderen dabei, zu verstehen, wer du bist, was du machst und was dir besonders wichtig ist. Das heißt also, ein Logo ist ähnlich wie die Identität eines Unternehmens und visualisiert diese. Es zeigt die Branche, die Spezialisierung, eventuell auch die Werte und verkörpert die richtigen Emotionen. Beim Logodesign geht es darum, für ein Unternehmen genau dieses Logo zu erstellen, also das perfekte Logo für dieses Unternehmen. Ein Logo kann aus Schrift, grafischen Elementen, wie beispielsweise Bildern, Icons oder Symbolen und auch Farben bestehen. All diese Elemente unterstützen das Logo dabei, die gewünschten Werte und auch Emotionen bei der Zielgruppe zu vermitteln. Stell dir beispielsweise das Starbucks-Logo vor. Dieses besteht aus lediglich einer Farbe und einem grafischen Element. Trotzdem ist es unverkennbar und man kennt es auf der ganzen Welt. Oder du kennst wahrscheinlich TikTok. Die haben ein super spannendes Logo, das aus einem Icon besteht, aus einem Schriftzug und zwei knalligen Farben. Ein gutes Logo muss auch mehrere Funktionen erfüllen. Nummer eins, das Logo sollte sich von der Konkurrenz abheben. Stell dir beispielsweise McDonalds und Burger King vor. Beide Unternehmen befinden sich in der gleichen Branche und verkaufen ähnliche Produkte. Aber durch das Logo und ihre Unternehmensidentität können sie sich gut voneinander unterscheiden. Nummer zwei, ein Logo sollte auch noch weitere Informationen unterbewusst an die Kundinnen und Kunden vermitteln. Also beispielsweise, in welcher Branche befindet sich das Unternehmen, welche Spezialisierung hat das Unternehmen, welche Werte und Vision vermittelt das Unternehmen und welche Zielgruppe möchte das Unternehmen ansprechen. Also das sind ganz viele Informationen, die wir mit einem Logo unterbewusst an unsere Kundinnen und Kunden, an unsere Wunschzielgruppe vermitteln können. Drittens, ein Logo sollte für lange Zeit im Gedächtnis deiner Zielgruppe bleiben können. Denk beispielsweise an Adidas oder Nike. Beides sind Unternehmen, die auf sehr minimalistische und reduzierte Logos setzen. Warum? Weil diese lange im Gedächtnis bleiben können. Du siehst sie außerdem jeden Tag an Hunderten von Menschen, Tausenden von Menschen und ihren Schuhen. Und das ist das Wichtige an Logos, dass sie regelmäßig gesehen werden und so lange in Erinnerung bleiben können. Was bedeutet das jetzt also für uns? Jedes große Unternehmen hat auch ein großartiges Logo, das dieses perfekt widerspiegelt.